Ja, herzlich willkommen wieder bei Bullmogenfinanz. Mein Name ist Patrick. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Nimmt euch zwei Sekunden, lasst ein Like da für die VIP-Plus-Gruppe. Natürlich hat das sehr viele positive Sachen, weil ihr könnt natürlich wieder was gewinnen und das bleibt bis Ende diesem Monat. Ich bin gespannt, wer ein Account von 5000 US-Dollar gewinnt für eine Challenge im Fremdkapital natürlich. Wie gesagt, wir haben es laufen. Das heißt, auch hier werden wir die Challenge dann mit euch starten. Wie gesagt, ihr könnt das gewinnen. Ihr müsst hier nichts bezahlen. Was müsst ihr als VIP-Plus-Mitglieder nun machen? Ein Like da lassen, ein Kommentar da lassen und natürlich Raute Bullmogenfinanz hinterlegen. Viele haben das schon beim ersten Video jetzt seit letzter Woche mitgemacht und schon gestartet. Vielen, vielen Dank. Ich habe auch Herzlichen und ein Like da gelassen für diejenigen, wo das auch natürlich durchgeführt haben. Und wie gesagt, Ende des Monats. Der Monat hat ja nur 29 Tage. Und das heißt, wir werden dann spätestens ab dem 1. dann die Verlosung starten, wer ein Account gewinnt. Insgesamt ist es ein Wert von 10.000 Dollar und zwei Accounts werde ich euch definitiv sponsoren. Und ja, das heißt, auch für die Leute, wo halt nichts gewinnen am Ende, habe ich trotzdem noch was. Eine kleine Belohnung dafür, auch für die Teilnahme. Und für nächsten Monat habe ich für alle Mitglieder auch noch was im Petro schon drin. Also bleibt dran, bleibt dabei. Auch für die Leute, natürlich wo nicht VIP-Plus-Mitglieder sind, wird nächsten Monat definitiv auch noch was kommen. So, und jetzt starten wir erstmal im Bereich Bitcoin. Ja, letzte Woche habe ich in der VIP-Plus-Plus-Mitgruppe schon mal was mitgeteilt. Und auch Trades mitgeteilt, wo ich meine Long-Term, sozusagen Long-Orders gestartet habe. Ich habe jetzt drei Orders gestartet. Natürlich habe ich das alles in der VIP-Plus-Gruppe geteilt. Und ja, noch sind sie offen. Hab sie auch, oder wäre sie auch noch offen lassen, auch wenn jetzt der Bitcoin-Preis jetzt nochmal erfällt. Warum lasse ich sie offen? Warum Long-Term jetzt auflassen? Weil wir haben demnächst den Bitcoin-Having vor der Tür. Das sind noch 69 Tage und 18 Stunden. Das Ganze kann sich immer wieder ändern. Heute früh oder heute Nacht war es irgendwie bei 74. Hier ist es schon bei 69, kommt halt immer darauf an, wie schnell die Blöcke verarbeitet werden. Aktuell haben wir 829 Blöcke schon hinter uns. Und 840.000 brauchen wir. Also, ihr habt gesehen, von 79 wieder auf 71. Also, man kann hier nicht genau sagen, wann das hier vorbei ist. Weil wir schwanken hier wirklich zwischen zwei Tagen manchmal, manchmal sogar vier Tage. Also, hier definitiv ein bisschen im Auge behalten. Den Link habe ich in der Telegram-Gruppe auch geteilt. Wer noch nicht in der Telegram-Gruppe dabei ist, unten ist der Link. Könnt ihr da zuschauen. Das ist alles kostenlos natürlich. Und ja, jetzt gehen wir mal auf den Bitcoin ein. Beim Bitcoin warte ich definitiv ab. Ich werde erstmal kein Trade eröffnen oder starten. Wir haben jetzt hier einen schönen 2-Engel geformt, sage ich jetzt mal. Wir haben auch hier oben schon wieder eine schöne Ablehnung bekommen. Also, ich schätze schon, dass wir hier jetzt nochmal die 42.838 US-Dollar testen. Da ja der Harving sozusagen vor der Tür steht, sage ich jetzt mal, würde ich ja sagen, dass wir hier einen schönen Ausbruch sehen. Nach oben weg, Richtung 44.048 US-Dollar. Ich gebe ja sozusagen fast jede Woche, jeden Montag sozusagen ja auch ein Signal für euch mit. Ich gebe euch heute zwei Signale. Das heißt, der erste Signal wäre hier definitiv, wenn wir hier nochmal eine Ablehnung bekommen, bei 42.838 US-Dollar. Da könnte man reintöglich jetzt sogar dann ein Trade in der Long-Position öffnen. Der zweite Trade wäre dann reintötig bei ungefähr 42.390 oder wir brechen unten kurz durch auf die 42.206 US-Dollar. Aber definitiv werden wir hier unten nochmal einen zweiten Trade öffnen können, vielleicht auch drei. Aber wir belassen das Ganze bei zwei Trades und am besten so ein 2x, 3x hier benutzen und das Ganze bis zum Bitcoin-Harving halten. Weil es wird definitiv der Bitcoin eskalieren und komplett nach oben pumpen. Aber viele sagen immer 250.000. Wir wissen ja, die Harving-Zeit und der Bull-Mark, sage ich jetzt mal, hält ja ein bisschen lange an. Aber ich sage, aber viele sagen immer 250.000. Definitiv erreichen wir keine 250.000 US-Dollar. Definitiv nicht. Ihr könnt ja gerne unten in den Kommentaren mal reinschreiben, was ihr dazu hält. Aber definitiv nicht. Da müsste wirklich viel passieren. Da hätte jetzt beim Bitcoin ETF viel mehr passieren müssen. Was natürlich auch nicht passiert ist. Viele haben gesagt 50.000, 55.000. Was ich aber natürlich gesagt habe, das erreichen wir nie. Ich habe auch gesagt, wir erreichen die 48.000. Mutter, ich habe hier sogar noch eine Support-Linie, eine rote sogar, wo ein riesengroßer Support ist. Da habe ich auch gesagt, hier haben wir die größte Ablehnung bei 48.723 US-Dollar. Und das war eine Punktlandung wieder. Und wir sind da nicht durchbrochen, wo der Bitcoin ETF gestartet ist. Wären wir da durchgebrochen, logisch, hätte man die 50.000 oder 55.000 US-Dollar erreichen können. Viele haben ja auch ihr Take-Profits bei 49.000 gehabt. Hätten wir fast erreicht, sage ich jetzt mal. Aber hier definitiv auch wieder eine Punktlandung gewesen. Da wir das natürlich nicht durchbrochen haben, diese 48.723 US-Dollar. Wir müssen da durchbrechen. Solange wir da nicht durchbrechen, bleiben wir drunter, brechen wir oben durch und erreichen die 50.202 US-Dollar. Machen eine kurze Korrektur nochmal auf unseren Support von den 48.723 US-Dollar. Dann halt hier weiter hochpumpen. Dann sieht es natürlich gut aus, weil dann haben wir Luft nach oben bis zu 60.000 erstmal. So, haben wir die 60.000 erreicht, dann haben wir halt noch mehr Luft nach oben, weil dann haben wir Zonen, wo wir noch nie waren, sage ich jetzt mal. Und 100.000 wären rein theoretisch dann irgendwo hier oben. Ich tue es mal kurz mal hier einmarkieren. Und wir machen das mal genau auf 100.000. So, sagen wir mal direkt 100.000. Markieren wir uns das Ganze. Und ihr seht, das ist wirklich enorm viel, was wir hier natürlich angewinden, fahren müssten. So, sagen wir mal, wir haben eine Long-Position, unser Kurs ist jetzt ungefähr hier unten. Und das wären dann, wenn wir hier hochtrainen würden, wären das 131%, was der Bitcoin hier hinlegen müsste. Was ich natürlich weniger glaube, dass wir hier eventuell die 100.000 nicht erreichen. Ich stelle mir vor, dass wir hier eventuell unsere 50, 60% Pump sehen werden. Also viel, viel weniger. 50 bis 60, sagen wir mal, ich bin mal großzügig und sage wirklich mal so 60, ungefähr bei 60. Dann liegen wir ungefähr dann bei einem Gewinn von knapp 70.000, 70.000 US-Dollar als Ziel. Das wäre definitiv erstmal wirklich mein Take-Profit-Ziel. Aber alles, was höher geht, ich werde definitiv auch meine Stop-Loss hochziehen. Mein erster Stop-Loss für meine drei Trades wären wirklich dann bei 60.000. Und das wäre dann schon enorm viel, wenn man überlegt, bei 60.000 hätte ich hier schon mal, ich habe ja einen höheren X-Hebel, wären es hier ungefähr 39.000. Wenn man einen 1-X-Hebel hat, hat man hier einen 10er-Hebel, ist es natürlich viel mehr an Take-Profit. Aber ein 1er-X-Hebel wären hier knapp 39%, fast 40%. Aber wie gesagt, ich gehe davon aus, dass wir 50, 60% erreichen. Im höchsten Falle sogar 70%, das wären ungefähr 73.000. Also fast 74.000 US-Dollar. Also das wäre vielleicht erstmal realistisch für den Bitcoin. Und viele sagen ja auch 200.000, 250.000. Und das ist dann für mich enorm unrealistisch. Weil wir müssen überlegen, was wir hier an einen Pump hinlegen müssten. Das wären hier schon mal 366%. Und bei 250 US-Dollar wären wir ungefähr, ich mache es mal, ist doch fast eine Punktlandung, wären hier fast, ja, 480% an Anstieg an Bitcoin. Und das wäre wirklich eine Rallye, das wäre dann ein Traum rein theoretisch. Aber ich glaube nicht daran, weil Bitcoin hat definitiv nicht mehr so viel Luft nach oben. In der Hinsicht, es sind schon sehr viele Investoren drinnen in dem Markt, wo den Bitcoin natürlich nach oben drücken. Aber es gibt natürlich immer noch Puffer, logisch. Es gibt noch viele Millionäre, sage ich mal, oder viele Kleinanleger, wo Bitcoin noch gar nicht kennen. Und da fehlt noch eine ganze Menge. Ich sage mal, ungefähr 70% der Bevölkerung von der ganzen Erde oder 60%, wie man es jetzt gerne sehen möchte, Leute wissen noch nicht mal, dass Bitcoin überhaupt da ist, dass man hier investieren kann. Ich habe selbst mal so auf der Straße mal jemanden gefragt oder manche Leute auch mal gefragt, kennst du Bitcoin, was ist das? Und bar ist natürlich rausgekommen, ungefähr jeden 10. Bürger sozusagen oder manchmal jeden 15. Bürger kennt Bitcoin. Und das ist schon hart. Also würden jetzt alle Bitcoin kennen, logisch wäre ein Riesapump möglich, aber definitiv hier nicht, weil die Frage war schon mal bei mir. Ich habe sehr viele Anfragen, wo siehst du den Bitcoin? Ist es realistisch, diese 200.000, 250.000 zu sehen? Realistisch erstmal so gar nicht, weil viele haben ja auch gesagt, dass auch beim Bitcoin ETF über 50.000 landen. Und das war für mich auch nicht realistisch. Und dieser Punkt ist dann natürlich mit einer Punktlandung auch gekommen. Aber wie gesagt, wir warten hier definitiv noch ab. Ich habe euch jetzt noch zwei, drei kleine Signale mitgegeben, wo man vielleicht noch mal einsteigen könnte. Viele sagen, der Bitcoin-Markt würde hier noch mal abverkauft werden. Das kann natürlich auch passieren, definitiv, weil man ist es ein Risiko, natürlich im Kryptobereich natürlich auch zu trainen. Wie gesagt, meine drei Long Orders bleiben offen. Und wenn wir theoretisch noch mal runterfallen, hier direkt an unseren Support hier unten zum Beispiel, oder halt bei den 40.197 US-Dollar, dann kaufe ich definitiv auch noch mal nach und mache noch eine richtig fette Long-Position auf. Weil bis zum Bitcoin-Having sehe ich definitiv den Bitcoin nach oben pumpen. Und dann ziehen wir uns natürlich unsere Profite natürlich, ziehen uns einen Stop-Loss nach. Und ja, dann heißt es langsam Richtung Short-Position zu gehen beim Bitcoin, weil dann ist natürlich die Luft raus, weil dann, wenn wir halt nur noch nach oben pumpen, das haben wir ja definitiv auch hier gesehen, zu dem Bitcoin ETF. Wir haben einen riesengroßen Pump gesehen und dann hatten wir eine riesengroße Korrektur nach unten. Und das wird dann definitiv nach dem Bitcoin-Having dann auch passieren. Nicht sofort, ich schätze mal ein, zwei Tage später. Aber hier definitiv können wir uns hier positionieren für die Long-Positionen im Bitcoin. Genau, wenn du natürlich auch keine Signale mehr verpassen möchtest, unten ist der Link natürlich in der Videobeschreibung, dass du auch VIP-Plus-Mitglied werden kannst. Weil, wie gesagt, Kryptosignale jetzt seit im Bitcoin-Bereich sende ich nur dort rein. Und mittlerweile, wie gesagt, sehe ich das in Long-Term. Wir skypen gerade momentan auch nicht, daher gibt es auch weniger Signale. Und wenn ein Signal kommt und ich gehe nochmal rein, dann wird das in der VIP-Plus-Gruppe natürlich von mir geteilt. Genau, jetzt gehen wir mal rüber zu Ethereum. Ethereum schlägt sich ja wirklich tapfer, würde ich mal so sagen. Und ja, wird Ethereum auch hochpumpen? Ja, Ethereum pumpt definitiv hoch, wenn der Bitcoin-Having dann auch da ist. Lohnt sich hier Position aufzumachen? Ja, wir haben hier eine wunderschöne Seitwärtsphase. Ich bin jetzt mal ein bisschen rausgegangen. Und wir sehen auch hier, die Seitwärtsphase geht seit dem 1. Februar 2024 hat Ethereum nur eine Seitwärtsphase. Wir haben unsere Supports von oben und unten, wo halt sehr viel Seitwärtsphase ist, wo sehr viel Volumen ist. Und unten sehr viel angetestet und oben halt recht wenig angetestet. Und da wir jetzt hier unten halt recht viel guten Support hatten und das jedes Mal gehalten hat, ungefähr die 2.275 US-Dollar, sehe ich Ethereum definitiv auch sehr weit oben. Hier wird auch gesagt, Ethereum liegt bei 10.000 nach dem Bitcoin-Having auch sehr, sehr unlogisch. Ist es nur meine Meinung? Geben wir mal ein bisschen raus. Und wir sehen auch hier, was ist realistisch? Wir haben jetzt noch gar nicht mal die knapp 2.800 US-Dollar angetestet. Nur meine Prognose zu 2.700 US-Dollar, die haben wir mit einer Punktlandung wieder getroffen, wo der Bitcoin ETF da war. Also auch hier war das perfekt drinnen. Ein kurzer Ausbruch, aber auch hier nach dem Bitcoin ETF haben wir hier auch bei Ethereum eine Korrektur gesehen. Und jetzt die ganze Zeit haben wir eine schöne Seitwärtsphase. Und ich sehe hier definitiv Ethereum bei seiner 3.000, vielleicht sogar bei 4.000 US-Dollar, weil wir wissen, Ethereum kann eine riesengroße, fette Ready hinlegen. Und ja, so zwischen 3.000 bis 4.000 US-Dollar sehe ich definitiv Ethereum. Positionen in Long-Ordern sehe ich hier auch. Und ich werde hier auch eine Long-Order starten. Spätestens diese Woche. Warum? Weil wir hier eine so schöne Seitwärtsphase haben. Man könnte hier nochmal eine Korrektur vielleicht kriegen, weil wir sehen hier noch einen leeren Dort. Das heißt, hier sind sehr viele Long-Positionen drinnen. Hier könnte es vielleicht sein, dass wir hier unten nochmal die 2.090, 2.100 US-Dollar nochmal testen. Eventuell muss nicht kommen. Aber darauf müssen wir halt nochmal warten. Bis jetzt hatten wir hier unten bei 2.175 US-Dollar jeweils viermal getestet. Aber wie gesagt, wir haben noch nicht diese Kerze hier drüben geholt vom 3. Januar. Also die wurde noch nicht komplett abgeholt. Also hier kann es passieren, dass wir hier nochmal einen Dump nach unten sehen. Ich hoffe es nicht. Himmel Gottes Willen. Aber hier werde ich definitiv auch nochmal eine Long-Position öffnen. Wenn wir hier unten nochmal unsere 2.261, 2.260 US-Dollar testen. Weil dann haben wir wirklich eine richtige schöne Bestätigung. Weil wir wurden hier die ganze Zeit nur abgelehnt. Wir waren kurz drunter, wurden aber sofort aufgekauft. Und das Ganze ist dann auch dreimal passiert. Das sieht hier wirklich sehr, sehr gesund aus. Also wenn wir hier unten das Ganze nochmal retesten, dann werde ich hier auch nochmal eine schöne Long-Position öffnen. Wie gesagt, mit einem 2x, 3x Hebel am besten arbeiten. Bitte nicht sofort mit einem hohen Hebel arbeiten. Das kann natürlich so einen totalen Verlust führen. Alles, was ich hier natürlich teile mit Long-Order, mit Positionen. Das muss jeder selbst entscheiden, ob er eine Position aufmacht oder nicht. Ich bin nämlich kein Anlageberater, auch kein Steuerberater. Ich teile hier nur mein Wissen in dieser Hinsicht, wo ich natürlich einen Order aufmachen würde. Wo ich den Preis natürlich sehe. Um das geht es hier natürlich in diesem Kanal. Auch das bitte beachten. Auch unten bitte auch die Videobeschreibung durchlesen. So, und jetzt nochmal für die VIP-Plus-Gruppe, wie gesagt, lasst ein Like da. Es lohnt sich natürlich. Ich habe jeweils einen Gesamtwert von 10.000 US-Dollar. Das heißt, jeweils ein Account hat 5K. Wir machen natürlich die Challenge. Nach der Challenge werden wir automatisch rübergehen. Natürlich in den Live-Trading. Dann könnt ihr passives Geld verdienen. Ihr müsst hier kein Geld ausgeben oder sonst irgendwas. Ihr müsst mir auch keine Provision bezahlen. Am Ende habt ihr einfach nur eine Lizenz. Die bekommt ihr für den ersten Monat, wenn halt die Challenge auch geschafft ist, noch on top obendrauf. Und wie gesagt, das Einzige, was ihr machen müsst, ist ein Like da lassen. In der Videobeschreibung natürlich ein Kommentar da lassen. Und am Ende Raute Bullmen und Finanz hinterlegen. Und das war's. Mehr müsst ihr auch gar nicht machen. Und wie gesagt, zwei Accounts habe ich. Die könnt ihr natürlich gewinnen. Ich richte mit euch alles ein. Ihr behält auch alles auf das ganze Management. Alles bleibt bei euch. Das Einzige, was wir dann gemeinsam machen, wir bestellen euch oder ich bestelle für euch dann diesen 32 Dollar Konto mit einem 5K. Ich habe momentan auch 5K laufen. Das zeige ich euch morgen natürlich auch im Video. Jetzt gehen wir mal weiter Richtung Solana. Solana hat ja auch eine schöne fette Rallye hingelegt. Wir schwangen jetzt sehr, sehr doll. Wir haben uns jetzt über das Wochenende, besser gesagt, auch wieder über 100 Dollar erreicht. Natürlich wieder eine Korrektur gekriegt. Und wir haben ja hier auch sehr viel großen Support. Diese grüne Zone bedeutet viel Volumen. Und durch diesen Volumen müssen wir auch erstmal durchbrechen. Hier unten definitiv könnte man hier eine Long-Position öffnen. Ja, auch bei Solana kann man wieder einsteigen und natürlich das Ganze mitnehmen. Natürlich Long-Term. Und ja, wann würde ich hier wieder einsteigen? Also wenn wir hier unten nochmal die 93, spätestens auch die 94 US-Dollar hier unten nochmal antesten, könnte man hier nochmal eine Long-Position öffnen. Und bitte, wie gesagt, ein 2x, 3x-Hebel würde ja ausreichen. Wenn ihr euch unsicher seid, dann macht am besten ein 1x-Hebel. Dann ist es 1 zu 1 und ihr wird halt nicht so schnell ausgestoppt. Ja, also hier definitiv hätte man hier auch ein 2-Engel. Man könnte es mal hier grob einzeichnen. Wie gesagt, ich zeichne das jetzt mal ganz grob mal kurz ein. Ich werde es dann später nochmal ein wenig verbessern. Und dann passt das auch. So, ganz grob eingezeichnet. In der VIP-Gruppe poste ich das gleich nochmal, wo ich halt ein bisschen vernünftiger das Ganze dann nochmal mache. Wie gesagt, hier haben wir auch ungefähr einen schönen Dry-Engel. Hier müsste man natürlich auch nochmal ausbrechen. Also hier unten haben wir das Ganze schon mal zweimal getestet. Hier oben auch ungefähr viermal getestet. Hier könnte man definitiv auch sagen, dass wir einen Ausbruch sehen. Aber hier könnte man nochmal einen Tief sehen. Warum könnte man hier nochmal einen Tief sehen. Wir sehen natürlich hier natürlich in der Hinsicht, wir sind hier nur ausgebrochen, haben aber diese Support-Linie, die weiße hier, wo natürlich der Abverkauf war, nicht mehr angetestet. Und daher schätze ich mal nicht, dass wir hier oben ausbrechen, sondern dass Solana erstmal nach unten ausbricht, dass wir hier unten ebenfalls unser Support nochmal antesten, was wir hier nicht getan haben. Und darauf habe ich auch die ganze Zeit gewartet. Natürlich sind wir hier in einer Zone drin, wo sehr viel Volumen liegt. Und wenn wir hier unten auch nicht durchbrechen und allgemein den Dry-Engel unten nicht durchbrechen, dann wäre hier sehr, sehr schön, dass wir ungefähr dann bei 95 US-Dollar, 95,58 US-Dollar eine Long-Position dann öffnen. Und wenn er dann fällt, könnte man weiter unten wieder eine starten. Es ist ein großes Risiko, daher würde ich hier eher, wenn ich hier einen Trade öffne, bei Solana mache ich definitiv auch nochmal einen Trade auf. Und dann wäre das hier ein Hebel mit einem 2X, weil fallen wir nach unten, dann würde ich lieber es weiter unten nochmal richtig fett einkaufen mit einem kleinen, größeren, also mit einem größeren Hebel natürlich. Und ja, das teile ich natürlich auch in der VIP-Plus-Mitgruppe, also VIP-Plus-Gruppe besser gesagt. Und dann nehmen wir halt den Aufwärtswind mit. Und wie gesagt, das hängt natürlich auch ein bisschen mit dem Bitcoin-Halving zusammen, was halt demnächst dann auch kommt in 71 Tagen. Und auch die AID-Coins werden hier definitiv nachziehen. Genau, jetzt gucken wir uns nochmal WeChain an. Dann war es natürlich das Ganze für heute. Ich habe natürlich auch zu WeChain wieder E-Mails bekommen und auch die Info, dass halt viele sehr, sehr dankbar waren, wo ich gesagt habe, dass wir hier noch in einer Bärenzone drin sind. Und ich habe ja gesagt, ich bin bullig. Ja, ich habe auch nicht gesagt, dass ich dauerhaft bärisch bin bei WeChain. WeChain hat wirklich Potenzial. Himmelgottes will mich auch gar nicht abstreiten. Ich habe ja auch Kommentare mal gelesen. In der Hinsicht, unter meinen Videos zu den alten, hat jemand geschrieben, ja, warum bin ich halt so bärisch eingestellt? Ich kann mich immer wiederholen, deshalb habe ich hier nochmal was eingezeichnet, wo es hingehen könnte mit dem Bitcoin ETF, wo ich aber auch klipp und klar gesagt habe, ich sehe diesen Preisziel hier definitiv nicht. Und ja, das ist natürlich auch passiert. Das hat WeChain sozusagen gar nicht gejuckt. Wir sind hier wirklich wieder komplett nach unten gegangen. Aber jetzt kommt das Aber. Lohnt sich hier jetzt nochmal ein Trade aufzumachen? Ja, bei WeChain auch. Wir haben jetzt hier oben einen kurzen Ausbruch. Wir sind wieder runtergegangen in unseren Abverkaufskanal, sage ich jetzt mal. Dann sind wir wieder oben ausgebrochen, haben es jetzt hier wunderbar getestet. Richtig schön getestet sogar und das hat natürlich gehalten. Brechen wir natürlich über die 0,02816 US-Dollar, dann könnte man hier definitiv eine Long-Position wieder starten mit einem 2x-Hebel oder am besten mit einem 1x-Hebel, wo natürlich einen kleinen Kapital hat. Und dann könnte man später sagen, gut, wenn wir hier einen Pump hochkriegen, dass wir Schritt für Schritt das Ganze hochskalieren und natürlich hier wirklich einen Aufwärtswind mitnehmen. Ich habe gesagt, 1 US-Dollar wäre hier definitiv möglich, aber dafür fehlt noch ein bisschen mehr Aufwind im WeChain-Bereich und der ist momentan nicht da. Und wir sind weiterhin noch in der Bullenzone drin und nicht in der Bärenzone sind wir momentan drin und wir müssen natürlich in die Bullenzone rein. Und die Bullenzone fängt hier oben bei 0,05645 US-Dollar an und da müssen wir erstmal durchbrechen, die 0,06142 US-Dollar testen, nochmal einen Rühtest unten und dann nach oben durchbrechen. Wenn das passiert, dann ist WeChain sehr, sehr stark unterwegs und dann sehen wir hier definitiv schöne hohe Preise. Ja, so sieht momentan meine Analyse aus, so sehe ich momentan den Markt bei diesen Währungspaaren. Momentan, wenn euch irgendwie ein Währungspaar im Kryptobereich aufgefallen ist und ich soll eine Analyse dazu machen, dann schreibt es auch unten in den Kommentaren rein. Wie gesagt, ich lese mir auch die Kommentare durch, wenn Kommentare auch da sind. Lass ein Like da und wie gesagt, ich bin kein Anlageberater, auch kein Steuerberater. Wie gesagt, alles was ich hier teile ist mein eigenes Fachwissen, wie ich trade und wo ich meine Position aufmache. Jeder muss selbst entscheiden, ob er mitmacht, eine Position zu starten oder auch nicht. Wie gesagt, das hängt ganz alleine an euch und lese bitte auch die Videobeschreibung. Ich hafte für gar nichts, weil jeder muss selbst entscheiden, ob er natürlich einen Trade durchführt oder auch nicht. Weil hier wird keiner gezwungen in irgendeiner Hinsicht. Ich gebe einfach nur Informationen für euch und die teile ich natürlich auch sehr, sehr gerne. Das war es jetzt von mir und jetzt sage ich viel Spaß damit und bye bye.